Das ist jetzt der Beste von den Männern, das war Breeders Choice, also das war Homosagos Empfehlung von den Dosei, haben wir als Weib gekauft, ist halt jetzt Samant, es ist einfach so 42 cm, qualitativ ist er sehr gut, hat Motokuro an beiden Flossen, also ist der Beste von den Männern, hat sehr schöne Körperform bei der Groove. Sehr gutes Sumi, geht uns genauso, also das ist wie 100%ig bei Dosei, man darf sich gar nicht beschweren, wenn ein Mann, ein Weibchen, also ein Dosei, was man als Weibchen kauft, dann ein Mann ist, das ist einfach so, die Japaner können das nicht zu 100% sagen, niemand in Japan kann das, das darf ich nichts erzählen, das ist einfach so, deswegen sagen wir oft 99%, wir geben nur weiter, was die Züchter sagen, also, muss man sportlich sehen, das ist einfach so, natürlich schmerzhaft, wenn die Fisch teuer sind, aber der war auch sehr teuer. Guck mal, nichtsdestotrotz ist es ein sehr guter Koi, wer hier Interesse hat, wir haben ja auch Leute, die gute Männer kaufen, zum Glück. Okay, ich aufhören. Also,染be юiger læden, dieahl ist es einfach, links loskiemüş mit denie Christen. Jeden Panı mer嘴kommen sei, das ist einfach, das ist einfach so, schmerzhaft, das ist einfach so, das aber wir haben natürlich green. Aных war auch immer besser hier in der Farc von Dosei,b lasers undmiyor bezig. Es wird wohl schon, dass das Schmerz bastelt werden, wir machen sicher zu sein. Vielen Dank.